Ja, toll. Wenn ich einmal hängen bleibe, haut er mich gleich weg. Okay, ich bin schon mal froh, wenn dann den ganzen Monster weg sind. Dann habe ich wenigstens von denen nichts großartiges mehr zu gefürchten. Und ne, geh, weiter, Flick, Flick, Flick weiter. Prinzessin, ich weiß nicht, wen soll ich ansprechen? Flick oder Prinzessin? Okay, der ist weg. Schön. Super. Gut getroffen, Flick. So, ich drehe nochmal um, damit ich dieses letzte Samenkorn hier kriege. Toll. Ach, schön. Ich muss ja eh nochmal zurück. Ich gehe den langen Weg. Toll. Ja, okay. Ich gehe den langen Weg, ja. Wollte ich gerade sagen, hier ganz von vorne den langen Weg. Ja, super. Toll. Ey, ihr seid solche Arschgesichter. Flick. Dieses Spiel bringt mich um. Dieses Spiel bringt mich heute echt um. So, gib mich irgendwas. Ja, geil. Häng an der Feder. Junge, das ist ne Feder. Ja. Okay, das habe ich bekommen. Gott, Hilfe. Hilfe, Flick hoch. Tch. Tch. Hurry. Das heißt Beeilung. So, ich flieg ne Runde. Oh Gott. Toll. Super. Wie nett. Boah, ich hasse es. Wie viel Leben habe ich noch? Drei. Okay. Okay. Ja, ich glaube die Null gibt es auch noch. Also es ist vier. Gott, dieses Level ist der absolute, blanke Horror. Dieses Level ist... Ja, wir hängen halt wieder an der Feder. Ich fliege jetzt nur nach oben. Und ehrlich. Zack. Ja, Basel. Boah, dieses... Die Steuerung ist so heftig. Das glaubt man gar nicht. Versucht es mal zu spielen. Es ist echt... Echt schwer. Boah, und dieser Regenmommel kotzt mich auch an. Ganz ehrlich. Jedes Mal verschwindet. Ich kann auch nicht umdrehen. Umdrehen. Hallo? Oh Mann. Oh, warum ist das passiert? Oh, warum ich? Ja, komm. Flieger gegen eine Wand tut dumme. Prinzessin. Hey. Dass die Prinzessinnen immer so dumm sind. Ja, jetzt habe ich ihn. So, sollte das auch schon. Wow, 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 wow. Oh. Blau. Flieg. Oh, danke. Oh, komm. Ich habe einen ausgelassen. Oh, komm. Oh, komm. Oh, komm. Oh, komm. Baaam. Tut mir leid, das muss jetzt sein. Es fehlen noch 14. 14 verfickte Monster. Wir sind schon 20 Minuten daran. Ja, nicht ganz. Okay, ich muss jetzt kurz ein bisschen ruhiger sein und mich einfach ein bisschen konzentrieren noch. Ja, genau. Boah, ich war doch oben. Luft. Lass,xoval. für dich, Stress! Lass! Lass! Lass mir mal hanging. сам... ... ... ... Ich hab ihn nicht erwischt Ach komm Flick, du bist echt dumm wie ein Stück Brot Ganz ehrlich Ja, genau, genau Dreh halt um, du scheiß Prinzessin Boah Dieses Spiel bringt mich an meine psychischen Grenzen Aber wirklich Da ist die Bugsbar ja Furz dagegen Ach Gott Oh Gott, Leute Ich hasse dieses Lampel Tut mir leid Vielleicht sagen andere Oh, das ist so geil Aber ich hasse es Ich hasse es noch mehr Als alles andere in diesem Spiel Was überhaupt ich hassen hätte können Weil echt, ich muss sagen Der größte Teil in dem Spiel ist wirklich Wahnsinnig viel Liebe Und ähm Ja Doch sehr viel Erfindergeist Geprägt Und Das Das ist einfach nur eine Qual Nichts anderes Ich dring hier um Wie viel das I Wo war das I Gott Nein, hier ist das Ende Hier darf ich nicht Okay, ich hab irgendwo den Gang wahrscheinlich ausgelassen Oh mein Gott Oh mein Gott Hier, hier ist es nie Scheißwurm Ich schau jetzt noch mal Wie es hier irgendwann noch einen anderen geheimen Gang gibt Aber scheinbar Was ist der einzige Aber ich schau es trotzdem mal an Das ist ja Gut In der Zeit kommt man ein bisschen Ah, vielleicht hier Okay Ich muss jetzt nur noch zurück Ich muss nur noch hier zurück Und den Wurm einmal plätten Und dann hätte ich es Oh Okay, jetzt nur noch den Den anderen Gang finden Oh Gott Leute Das hier ist absolut Der größte Horror Den ich jemals Ja, ich sag nicht jemals In dem Spiel Aber den ich schon seit langem In dem Spiel hatte Oh Hier nicht Weiter Weiter Flieg weiter I'm Invincible Super Irgendjemand fliegt Das ist der Beste Flieg nach oben Oh, ist dieser kleine Gang Der müsste hier sein Nein Oh Boah Dieser Wurm ist gerade eben erst aufgetaucht Habt ihr das gesehen? Voll unfair Mann Wie kriege ich den? Ja Ja, okay Und jetzt Jetzt nur noch raus Nur noch raus hier Komm Komm Flieg Flieg Und Prinz Ja, eigentlich Prinzessin Komm Was für dein Geld Oh Gott Schaut euch das an Flick 50 56 Und Ausgang Ausgang Yeah Oh, Leute Leute Das Horror Level Das Horror Level Oh Okay Bonus Clip Den schauen wir uns jetzt in Ruhe an Bis gleich Okay Get him Get him Get him Yeah Ha Yeah Ah Ah Ow Ow No He 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 I had to get my other What the Okay, Leute, ich würde sagen, wir sehen uns dann das nächste Mal wieder, wenn es heißt Let's Play Legend, äh, oh Gott, Legend of Zelda, ja, Let's Play Legend of Zelda, wir spielen Zelda, nein, Let's Play A Bug's Life, bis dann, ciao.